Hallo zusammen, endlich haben wir den M4 GTS bei uns im Showroom. Für die, die das Auto nicht kennen, das Auto ist sehr, sehr stark limitiert. Es spielt in 3,8 Sekunden von 0 auf 100, hat 500 PS und der Gspass-Hörte ist bei 350 kmh. Kommt vorbei, schauen dann an, wir freuen uns. Ihr wollt bestimmt hören, wie das Auto klingt und würde sagen, legen wir los, oder? . Untertitelung des ZDF, 2020